so jetzt anständige aufnahme erstmal moin wichtiger hinweis für den konvoi um 18 uhr wir haben ganz ganz großes problem ich haue euch in der video beschreibung den link von meinem discord rein wir werden das über den discord hier machen noch besser noch besser ihr habt ja den den event discord den event ist gott wo wir artikel 13 drauf gemacht haben den werde ich euch geben und da sammeln wir uns dann alle bitte und zwar in den raum jetzt muss ich selber kurz glotzen artikel 13 erstmal muss ich da gucken dass ich leute einladen kann warum kann ich das hier nicht so ich glaube jetzt habe ich einen erstellt ich habe einer stellt so da treffen wir uns dann alle in dem raum eingangshalle ja da kommen alle rein da treffen wir uns alle und da kommt ihr dann einfach alle rein ja uns ist die absicherung abgesprungen die haben zweimal abgelehnt das heißt wir haben keine absicherung ich würde den ganzen konvoi dann anführen und dann passt das schon irgendwie wir fahren von hamburg los so ein bisschen richtung niederlande werden aber nicht ganz nach in die niederlande reinfahren sondern nach stuttgart in stuttgart direkt werden wir pause machen so circa zehn minuten und dann geht es von stuttgart weiter ringsherum an bayern vorbei und so wieder hoch nach hamburg als kleines dankeschön dafür dass die helfer uns gerade sowieso viel helfen in dieser schweren krise ich sag schon mal dankeschön und bis nachher um 18 uhr